Servus meine Freunde. Ja, es wird ein Special-Folge geben. Wenn ich 50 Abonnenten bekomme, wird es eine schöne Special-Folge geben. Und das werde ich mit Communities machen. Vielleicht auch mit meinen Leuten, das kommt drauf an. Das wird sich alles regeln. Sobald ich meine 50 Abonnenten bekomme. Also Dankeschön für eure Mitstretigkeit oder Mitspieler. Das freut mich so sehr. Dann gebe ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wenn ihr es noch abends anguckt. Dann sehen wir uns bei den ganz anderen Spielen und Freunden. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.